so hallo zusammen in dieser produktverstellung geht es wieder um das futter und jetzt geht es um unser best catch pro klassiken feederfutter aus der best catch pro range zur verpackung selbst die futter sind alles so verpackt hier in einem kilo beutel erhaltet ihr bei eurem tackle dealer unser feederfutter bekommt in vier verschiedene geschmacksrichtungen bzw farben einmal den yellow mix habe ich hier schon angemix zeige ich euch mal kurz hier sowie den red mix der yellow mix und der red mix sind eher würzige futter dann haben wir den chocolate mix in dunkel gehalten sowie noch den fish mix für die herbere variante vier verschiedene geschmacksrichtungen von süß bis herb alles dabei zum feederfutter selbst zur konsistenz beziehungsweise zu den inhaltsstoffe und zugaben das ist ein relativ grobes futter hier wurden viele pellets und samen sowie anhand verarbeitet um einfach beim feeder angeln beim wenn man jetzt auf karpfen und prassen angelt einfach entsprechend material samenkörner auch am futterplatz zu haben um die fische dort einfach über längere zeit am platz zu halten zusätzlich verfolgt das futter über einen sprudelnden effekt das bedeutet wenn ihr hier eine kugel formt und ihr gebt ins wasser es löst sich relativ schnell auf und die samen beziehungsweise körner entsteigen entsprechend im wasser auf und somit habt ihr einfach eine partikelwolke eine schöne futterwolke über eurem futterplatz das futter ist auch relativ schwer gehalten dass es einfach im futterkorb entsprechend schnell absinkt wenn ihr das jetzt im futterkorb reinpackt sage ich hier mal kurz hält es einfach ideal beim wurfe nachdem ihr es natürlich befeuchtet als zusätzlichen tipp wenn ihr jetzt in tiefere wasser ab drei vier meter angelt könnt ihr es einfach noch mal etwas fester pressen dass es sich vom korb auch wirklich eher schon gebessert und löst und nicht schon in der absinkphase so habt ihr einfach einen kleinen kompakten futterplatz es arbeitet sehr schnell es löst sich schnell auf und es geht schnell aus eurem futterkorb raus damit die einfachen entsprechenden futterplatz herstellen könnt ich hoffe ich konnte euch unser feeder futter aus der best catch pro range kurz vorstellen probiert es mal aus erhält ich beim teckel dealer übrigens ein super preis leistungsverhältnis in diesem sinne viel erfolg am wasser petri heil und dicke fische abonniere abonniere